Der Blutdruckpunkt, der senkt den Blutdruck und kann den Blutdruck wieder anpassen, wenn er viel zu niedrig ist. Der kann beides, das ist ein ausgleichender Punkt. Da geht man mit einem Finger von der Falte her, jeder nimmt seinen Finger und direkt dahinter ist er mit den Daumen so drauf und massiert den so 20-30 Sekunden, am besten jetzt rechts rum, zirkeln. Dann merkt man richtig, wie der ausstrahlt in den Arm rein, ja, das kann man so genau spüren. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite genauso, ein Finger dahin, da ist er, am besten im Zanggriff, mit dem Daumen rechts rum zirkeln, ja, jetzt habe ich den auch, jeder hat den natürlich selber. Und so zirkeln, bis zu 30 Sekunden zweimal am Tag, würde reichen. Mal regelmäßig machen, das hilft sehr gut, um den Blutdruck zu senken oder anzupassen.